Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze Blind German von mir, Ninyoshi Tendo. Wir haben im letzten Video 2, 3 gemacht, äh 5, 3 Melone zum Quadrat und ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit 5, 4 Saftladen. Ja, ich bin mir euer Ninyoshi Tendo und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, schauen wir mal, was für ein Saftladen jetzt kommt. Ob das wirklich ein sehr saftiger Laden wird. Ob das ein richtiger Saftladen ist, wie man es so richtig kennt. Oder, ob da wirklich Saft hergestellt wird in diesem Laden, man weiß es noch nicht. Wir werden es jetzt sehen. Okay. Ähm, mm, 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 okay, das sieht nach einem sehr schönen Level aus. Okay, jetzt sind ja lustig, aua. Oh, das war unfair, wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass die hochspringen können. Oh Gott, jetzt haben die auch noch, ähm, was? Hallo? Lol, ich kann ja nichts gegen die machen. Jetzt schwimmen wir auch noch in dieser Brühe. Ach, du große Güte. Okay, Gegner sind schwerer geworden. Nein, jetzt habe ich Cranky. Oh. Oh, Cranky wollte ich gar nicht, aber den haben wir ein bisschen bisher zu setten benutzt, deshalb... Also, bestimmt jetzt hier, äh, Bananenfee, okay. Okay, 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 okay. Bleibst du wohl hier? Okay, okay, haben wir. Und ein Busselteil. Okay. Okay, das ist ja echt eine lustige Saftfabrik, wie der Name schon sagt. Sieht schon lustig aus, hier hat Level bisher. Dann hier nochmal eine Münze. Scheiße, egal. Aber sowas sagt man auch nicht, solche umschönen Wörter. Die verstehe ich noch nicht ganz. Ich meine, die werden abgerieben, aber ich kriege da keinen Schaden durch. Das ist einfach nur so Show-Effekt. Gott, da unten ist ein roter Hai, der gefällt mir nicht. Wie komme ich denn da jetzt runter? Hä? Wie komme ich da runter? Muss ich ins Wasser? Vielleicht muss ich ja ins Wasser. Vielleicht ging das ja nicht anders. Aber wenn, ein bisschen fies gewesen. Oh. Okay, jetzt sieht schon alles... Ei, 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 aus hier. Runter. Alter. Oh, war fies. Oh, die Floings sind hier so. Okay, dann geht es hier rüber. Ich hätte gerne ein Herz. Herz wäre schön. Oh, ich habe gelitten, ey. Ich hätte gerne ein Herz. Okay, kein Herz. Okay, da kommt da keine Säure, wo ein bisschen leicht hier. Versteckt. So. Nein, das ging nicht. Und so. Wow. Hm, macht mir noch ein paar Bananen. Wow, nicht unerfallen. Okay, bitte nicht. Oh, und das sah jetzt auch noch. Und er fällt runter. Oh, Mann. So. Schauen wir weiter. Oh, stimmt ja. Aber ich habe ja noch ein Herz. Ganz vorsichtig. Wow. Okay. Wow, ganz feuchtig. Ich traue mich nicht. Wow. Alter. Stopp. Okay, die kann ich da nicht kaputt machen. Da, ich bitte ein Herz. Ach, warum denn kein Herz? Ist ein Herz zu viel verlangt? Ach, guck mal, du Bananen hier. Ach, komm. Oh, wie soll das da gehen? Alter, das war Lack. Okay. Alter. Oh, Leute. Müsst ihr wir übertreiben mit einem Schwierigkeitsgrad? Okay, ging auch noch. Mit dem Herz. Auch wie so ein Leben noch nicht. Wow. Die haben sich auch nochmal gedreht. Ja, sonst ist es mehr besser. Ein Checkpoint ist noch besser. Okay. Okay. Stopp. Bomben. Da hinschmeißen. Okay. Tod. Gut, das war mal klar. Da, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Aber auch ein schönes Level. Aber sehr hart schon. Also man merkt, jetzt geht es so lange seine Schwierigkeitsgrad hoch, was auch gut ist auf jeden Fall. Och, Gott, jetzt habe ich die Bombe vergessen. Ist eigentlich hier unter Wasser noch. Wow. Aber hier gibt es voll unter Wasser. Das darf man nicht vergessen. Wie Bananen. Ach so, ah, gut für den Puzzleteil. Verständlich dann natürlich. So, einmal hier wieder raus. Ich hätte gerne eine Bombe. Aber so nicht, sondern so genau. Das heißt, man muss jetzt auf die rüberhüpfen. Also nicht mehr raufhüpfen, sondern rüberhüpfen. So, einmal dich weg. Okay, den Krieg hin. Ja, den Krieg hin. Weg da. Ist mir egal, das Geheimnis zu unten. Wie, da kommt wieder. Okay, dann schmeiß ich euch weg. Ja, wenn er wieder kommt, war ich nicht lieber. Oh, muss ich da hoch oder runter? Ihr seht schon, ich muss hoch. Einmal hier ziehen. Ja, das war klar. Okay, okay, okay. Oh, ihr werdet tausend stache Bälle, ey. Okay, und rein da, ins Fass. Äh. Lol. Okay, so nicht. So nicht. Oh, die geben auch gar keine Fesse mehr hier so. Alles echt schade. Bombe. Nimm doch die Bombe mit Jungen. Nee, nicht ins Wasser. Ich frage mir, ob die Sachen wehtun. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Einmal hier rüber springen. Einmal dich hier besiegen. Tschüss. Au, da ging ja hier eigentlich noch ein bisschen. Okay, auch nochmal so. Zack. Tun die Sachen weh? Nee, tun sie nicht. Okay. Wow, war knapp, aber gut. Hat geklappt. Okay, jetzt verstehe ich das Prinzip, ja. Also so? Alter, ihr habt doch so gelitten, ne? Boah, ihr habt so gelitten, Spiel. Alter. Alter, ist das unfair. Ist das unfair? Das ist unfair. Riecht. Autsch. Ey, jetzt haben sie aber einen anderen Rhythmus gehabt. Da war gerade noch anders. Stopp. Aber ich meine, wenn ich halt die Anzeit versage, bringt mir halt eh nichts, das eine Leben hier. Von daher ist mir egal, ob ich das jetzt hier verloren habe. Also soll ich ja so schaffen können. Ja, auf jeden Fall, denke ich mal. Zack, heben. So, hierhin. Wow, Alter, war knapp. Oh, das ist fies. Das heißt, in der Drehung. Alter. Oh, danke schön. Alter, ja, seid doch so gescheuert, ne? Achso, hier soll ich sogar normal. Okay. Okay, okay. Perfekt. Oh, danke schön. Ich dachte noch, der wird davor aufhören. Aber danke schön für diesen Checkpoint. Was? Ach, du Alter. Okay, so. Ach, du Alter. Okay, so. Alter, habt ihr gelitten? Gelitten? Die Leute, der gelitten hier, ey. Der wird da oben. Der wird oben, ne? Der geht runter. Okay. Das ist eine Bananenmünze. Okay. Oh. Oh. Runter. Alter, das ist so verrückt. Oh. Wo kommen die ganzen Sachen denn her? Runter. Alter, war knapp. Habt ihr das gesehen? Rund, weg da. Oh, danke schön. Ja, ist mir egal, ist mir egal. Oh, jetzt kommen noch rote Viecher. Alter, wie unfair. Ich dachte, die wird runterfallen irgendwann. Aber nein, war ja leider nicht der Fall gewesen. Okay. Fies. Fies, fies, fies. Aber ist machbar, glaube ich. Aua. Ey. Wollte gar nicht sein. Komm, wir gehen mal runter. Gibt's hier Puzzletile? Wow. Hm. Da hin, ich brauch die Blase. Genau. Dankeschön für die Blase. Aber ich glaub, da wird einfach nichts nützen. Hoch. Alter. Oh, war da knapp, war da knapp. Uff. Runter. Alter, die schwimmen hier aber auch, ne? Wie die letzten, ey. Okay. Nochmal. Warten gleich. Hältst auf das rote Fieder warten. Dann irgendwie rüberspringen, denk ich mir mal. Wow. Okay. Alter, 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 alter. Oh. Okay. Okay. Tum, 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 tum. Alter. Ha, ha, ha. Ihr habt doch so gelitten. Au, drüber. Genau. Und nicht noch so einer. Bitte weg mit, alter. Auch nö. Kein Kind in unserem Leben haben wir irgendwie so was. Das ist mit einem Herz. Mit einem Herz. Okay. Ha, ha, ha. Oh, manno. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Und nochmal. Hey, nochmal. Ach, ist das nicht wunderschön? Ich kann mir auch nix mehr anderes vorstellen, Leute. Anstatt sich immer ein Level neu zu starten. Wieder runter. Jetzt wieder hoch. Alter. Boah, Alter. Ist ja auch ich knapp. Alter. Oh, ich glaube, ich bin ins falsche Rhythmus. Nee, da ging noch, da ging noch runter. Hoch, scheiße. Das war eben falscher Rhythmus gerade gewesen. Ah, das war leider doof von mir. Aber egal. Und raus da. Raus da. Raus da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, warten. Wir haben Zeit. Das heißt, ich springe mal scheiß viel rüber, genau. Dann hier warten. Warten, springen, warten. Gut, stopp, warten. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. So, und zack. Hierhin. Hierhin. Also komm mal, der blöde Fabergei hier. Hey, weg damit. Ah, ihr habt so gelitten. Ich hab so gelitten. Also ihr habt so gelitten, ne? Jetzt nochmal auf die Haie hier warten. Jetzt schießen. Genau. Oh, dankeschön. Dankeschön. Ich dachte, das wäre jetzt nochmal irgendwie was Böses. Aber nein. Okay. Das Level war schwer. Hat er gedauert? Ein bisschen. Wir haben jetzt elf Minuten. Nicht schlecht. Zwölf Minuten knapp hier gerade. Ja. Das war mal ein Level. So. Da gibt's wohl einen geheimen Ausgang. Wie es wohl jetzt aussieht. Naja, weiß man jetzt nicht genau. Okay. Wir fangen mal noch an mit 5,5. Chilé. Fatal. Okay. Dann schauen wir mal. Wie weit wir kommen. Viel Zeit haben wir ja nicht mehr in diesem Part. Boah, ich denke mal so, bis zum ersten Checkpoint, denke ich mal, sollte es kein Problem sein. Hust. Letzte Level war ja schon etwas schwerer, aber gut. Ging noch. Ging noch. Hey, Gelee. Hey, da. Wabbel. Wabbel Gelee. Ach, wie cool. Okay. Wusste ich jetzt nicht. Ich habe einfach mal so, einfach mal so aus Feierintuition, einfach mal da gegengerollt. Und einen Ballon. Hey. Okay. Das kenne ich glaube ich aus irgendeinem, ah, ich weiß nicht, Trailer oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sagt mir jetzt hier was. Ist jetzt nicht so schlimm, da ich hier dieses Element kenne, dieses Wabbel Wabbel. Ich weiß ja nicht, wie sich das auswirkt. So, ich glaube hier ist die, die am besten. Schweben ist glaube ich hier, äh, könnte viel wert sein. Ach Gott, da sind auch noch Sachen drin. Okay. Und Bomben und, ei, ei, ei. Oh, ich sehe schon die ersten Stacheln. Ich sehe schon die ersten Stacheln. Das ist hier Puzzleteil. Wie soll das denn gehen? Hey, wie soll das gehen? Okay. Okay, jetzt ein höhere. Oh, da sind Melonen drin gewesen. Okay. Habe ich verstanden gehabt gerade. Einmal den, ja. Tschüss. Was ist denn der Blaue? Ach Gott, das ist ein Schalter. Oh Gott, wen geht schon Schalter sehen, ne? Da wird doch, was bist du denn? Weg mit dir. Aua. Ey. Alter, sieht hier so verrückt aus. Und hier war noch kein Checkpoint. Hallo, Checkpoint. Gut, wir haben noch ein bisschen. Guck mal, wer der andere da? Weg mit dir. Eine Verwendung für dich. Okay, und da rein. Und, das ist auch schon unser Checkpoint. Und dann haben wir die Vorstellung, Leute. Wir machen hier eine kurze Pause. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Von mir, Ninyoshi Tendo. Wir sagen, sage ich schau, euer Ninyoshi Tendo.